Wie süß! Was? Quarki und? Sparky! Jetzt haben wir zwei von den Dingern. Ja. Wie wollen wir denn die zurückbringen überhaupt? Wie voll? Ganz einfach. Ja, weißt du, wie langsam die sind. Wo ist denn deine? Bei mir. Quarki ist bei mir. Quarki! Wollen wir noch einen dritten? Quarki! Ja, dann suchen wir uns halt hier irgendwo einen Spot. Für die Guten. Können wir auch machen. Dann suchen wir mal, ja? Am Sumpf. Yes. Aber wir können ja erstmal ein bisschen durchs Sumpfgebiet. Ja, auf jeden Fall. Das hab ich nämlich auch noch nicht ge... Ich bin einmal da gespawnt. Können wir machen. So, dann würde ich sagen... Wolle ich dir mal... Let's go, let's flow. Oh, hier ist aber heiß, ne? Ja. Da ist noch ein Frosch, ein Lila, ne? Oh, geil, Alter! Oder? Warte, oh, der sieht ja geil aus! Ob der sind... Warte mal, die Dylos würde ich dann erstmal wegmachen. Was sind... Oh, guck mal, das ist Schlangen! What the fuck! Das ist Schlangen! Oh Gott! Wäää. Äh. Das sieht voll eklig aus. Alter, ich hol mir erst einen Frosch, na dann hol mir die Schlangen, oder was? Alter! Die kann man, glaube ich, nicht tellen. Ich probiere es trotzdem, ey. So, innen Popo. Dann die... Boah! Äh, was ist da hinten los? Oh, Alter. Ähm, ich will nicht behaupten, dass da hinten vielleicht eventuell... Alter, stopp! Nicht schlagen! Was ist da hinten? Nee, ist das... Ey! Bisschen vergiftet hier. Alter, der sieht mega cool aus, ne? Ja, ja. So, den nennen wir... Quarki, Sparki... Äh... Ähm... Quarki, Sparki, Tarki. Nein! Nein! Das ist kein Name. Ja, wie dann? Äh... Froschi. Nein! Kermit. Bitte, was? Kermit. Buchstabier, bitte. Kermit. Äh, Kermit, wie wird denn der geschrieben? Ja, um... K-E... Ja? K-E... K-E-R-M-I-T. Äh, der kommt... Äh, Schatz, pass auf! Boah, scheiße! Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Alles gut, alles gut, alles gut. Alter, hat's mich gerade verjagt, ey. Jetzt hat der Name von dir nicht reingefacht. Boah! Hat's mich gerade verjagt, ne? Äh, er kommt noch... Er kommt irgendwann... Äh, 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 bei deinem Spino. Du musst noch... Spino! Oh, nein! Schnell, 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 schnell! Wer denn überhaupt? Ich seh nix! Stopp! Die Kräuter! Nee. Hä? Wir sind Lehrer. Äh, doch! Nee, wer ist denn da unsere? Ach, da ist noch ein Reino. Schreib mal bitte auf den Dings. Alter. Hier geht's grad mega ab. Ich check hier gar nix mehr, ne? Ach, die Dibellen, die Bellen, die Bellen. Wir sind voll viele Dibellen. So, warte mal. Sparkies, Following, Kalypso... Wo ist denn der Lila, ne? Der ist hinter dir, Kermit. Die folgen dir alle. Alles gut? Oh, Alter, was ein Stress hier, ey. Guck, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ey, aber die Schlangen... Ich würd sie jetzt auch noch probieren. Ich würd gerne... Lol, lol. Boah, Alter. Mal probieren, ne? Oder nicht? Ja, ich mein, da sind ja nur sechs auf ein... Oh, nein, Alter. Alter, das sieht voll heftig. Ich lock mal eine an. Meinst du, das ist ne gute Idee? Ich weiß gar nicht, wie stark die sind. Ja, ich auch nicht. Das sieht mega hässlich aus, ne? Der ist voll eklig. Alter, guck... Wääääh. So eklig, Alter. Kann man die nicht... Ups. Ich weiß... Pff. Ich weiß nicht, ob er die tamen kann. Keine Ahnung. Ne, probieren wir es aus, ne? Hat der gesessen jetzt? Die will ich, glaube ich, mich haben. Will die mich? Oh, die Vie... Äh! Alter. Alter. Hä, was, was, was? Achso. Du hast dich getötet. Ich bin vergiftet. Warum bin ich vergiftet? Beziehungsweise mein T-Rex. Ich kann man gerade nicht tamen, ne? Ähm, 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 geh mal bitte zu deinem Spino zurück. Geh mal ganz schnell bitte zu deinem Spino zurück. Bist du passiv? Die Schlangen kommen. Oh. Ja, komm, lass mal woanders hingehen. Oh, du wirst, Alter, die Schlangen, ne? Das flash mich gerade mega. Hä? Ich finde es mega eklig, ne? Ich habe gerade, wieso habe ich gerade das Bild bekommen? Wie, wie haben, ich habe eine Schlange getötet. Ja, aber ich habe auch eine getötet. Achso. Hm-hm. Soll ich da mal reinboxen? Ach, komm, Alter. Ja, komm, lass mal reinboxen. Lol. Achso, das... Also tot schon. Achso, das war schon... Das war doch wirklich... Achso. Das waren jetzt die starken Schlangen. Wieso bin ich jetzt vergiftet? Oh, dieser... Alter, was ist hier los, ey? Ich weiß nicht, was hier los ist. Verdammte Kacke. Ah! Hä? What the fuck? Ich raff gerade gar nichts mehr hier. Ich bin hier weg. Wieso kann der nicht mehr rennen? Bisschen überladen. Schon wieder? Du siehst doch oben rechts. Bei deinem Gewichtssymbol. Das ist aber noch nicht voll. Na gut, dann habe ich jetzt alles rausgeschmissen. Oh, Alter, was ein Stress hier wieder. Schlangen, Frösche, Libellen, weiß ich nicht was. Piranhas, Alter, das ist... Sind die alle da? Ja, sind die alle da. Ja gut, ich bin jetzt nicht direkt hier. Oh, lol! Geil! Holy moly! Hier ist noch ein Frosch, wenn wir den mitnehmen. Nein, wir laufen jetzt erstmal weiter. Es sieht aber cool aus. Ja. Es gibt auch andere Frosche, die noch gut aussehen. Wir laufen jetzt erst mal weiter. Gut, dann halt nicht. Ich habe sie nur angeboten. Das habe ich wieder für eine Musik an der Backe. Ja, ein Daero oder was? Ich glaube, ich hätte auch einen Spino mitnehmen sollen. Den können wir wenigstens unter... Fuck! Wieso habe ich jetzt so gesehen? Gira? Okay, alles safe. Okay. Äh, nee, doch nicht. Doch nicht. Lol. Ist ein bisschen aggressiv, glaube ich, ja? Was ist denn los mit den Leuten hier? Was eine Geburt. Was eine Geburt einfach. Was ist denn das da für eine Pflanzte? Wo? Hä, was ist denn da? Guck mal. Guck mal aus dem Weg, bitte, ihr Quarkis. Quarkis. Oh, Quarkis, bitte. Was ist denn das hier? Ich habe mein Schwert in der Hand. Was ist das hier für eine Blume? Kann man das mitnehmen? Au! Fuck! Was ist denn jetzt los? Hotelpisser. Hä? Das sind die für die Bellen. Oh, Alter. Es gibt es nicht, ne? Es gibt es nicht. Es kommt doch her, Alter. Warte mal. Ich sehe auch nichts mehr. Wo ist denn die jetzt? Die ist bei dir noch. Alter, was ist hier los? Okay, safe. Was ist denn das für eine Blume, oder? Äh, die Pflanze, die ist, glaub ich, warte, wie heißt die denn? Kann man die mitnehmen? Ich weiß es nicht, probieren wir. Warte. Jetzt riecht ich mal, Alter. Es ist, ich, ist es vorbei hier. Äh, nein, 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 nein. Ja, ja! Wie? So heiße ich mal 41 Plants, Spezies, ah, Spezies X ist es. Ist das gut? Es gibt, das ist voll die coole Pflanze. Ich nehme mal ein paar Samen mit. Ja, ein paar Samen ist gut, 150 habe ich jetzt dabei. Oh, geil, die können wir anpflanzen, das machen wir dann. Ich nehme auch ein paar mit hier. Ja. 36 Stück, passt schon. Vermehr'n sich bestimmt. Äh, weiß nicht, wir müssen, äh, Beet basteln. Wir machen mal auf jeden. Geil, ey. Yes. Zum Glück habe ich das gesehen hier, die Pflanze. Yes, das hast du super gemacht. Madl-Auge hier am Start. Du hast einen Daumen. Einen Daumen, ne? Ja. So. Alter, ey. Ich hätte jetzt noch Fascha saufen hier. Oh, ich wollte es. Geh doch vorwärts! Ey, die Fascha sind voll cool, ne? Ja, Mann. Cool. Sparky. Äh, ich möchte mal kurz gucken, wo wir überhaupt sind. Das ist eine gute Frage. Ah, da unten, okay. Bei 70. 33 ungefähr. Flugzeug am Start. Bewarten Sie die Vorschriften. Bitte schalten Sie sich an, wir laden gleich in Kürze. Bist du noch hinter mir? Ich denke so. Da vorne ist noch eine Schlange. Eine Schlange. Eine Schlange. Ich muss mir diese Schlange töten. Noch eine Schlange. Ich weiß nicht, wir können eine Schlange. Ich kann mir die Schlange um den, um den Arm, um das Handgelenk wickeln. Eine gewisse Schlange. Eine gewisse Schlangen-Optik. Also ich bin durch. Ich ne, ich klebe einen Baum fest. Okay, ich komm. Ich weiß nicht, ob die uns angreifen. Schlangen. Ja, die ist nicht fresh. Ich. Was, was ist hier los, Alter? Ich klem irgendwo fest. Ich komm zurück. Kehr mit Quarki. So, geht doch. Dankeschön. Nichts wie aggro. Ich seh nix. Ja. Äh? Mir ist immer leck, wenn ich 200... 1400 Fleisch hat er gesammelt. Ja, ist klar. Au, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, Kira, wo kommt die... Jetzt dann her. Oh Gott, hardcore leck. Was ist mit Kira los? Ich verstehe mit aggro, die gehört. Was ist los mit dir? Ist die nachts aggro, oder wat, Alter? Gesterben. So. Oh, oh. Ich glaube, ich stehe gleich wieder raus. Bitte nicht. Ach so, eine Schlange ist ja auch noch. Nein, ich bin wieder rausgeflogen. Nein. Nein, bitte nicht. Was ist das denn für ein Rotten Game? Was ist das denn? Oh Gott, Alter. Beschütze mich mal bitte. Alter, ich hab wohl die Probleme... Oh, scheiße. Oh nein, bitte nicht. Ich kann mich nicht umdrehen. Warum? Was ist das für ein Gülle-Game, Alter? Nein. Fick den. Ich darf nicht sterben. Du bist safe, aber meine Frösche sind beide tot. Mm-mm. Doch, beide gestorben gerade. Nein, warum? We- Krokodil und Schlange. Krokodil und Schlange. Oh Mann. Oh nein. Ja, wir kommen... Wir suchen uns neue. Ich muss hier gerade mal hoch, ey. Alter, jetzt hab ich... Quarki, Kermit, ja? Und sterben dann, oder was? Ich flieg raus, sterb nicht und mein Dings auch nicht. So, wo bist du? Ich bin hier oben, grad. Hinter dir. Bisschen Leben noch hinter mir? Ähm, Gira kommt. Gira kommt. Was ist mit Gira, Alter? Was ist los mit dem? Die sind echt nachts aggro. Sind wir bescheuert, oder was? Alter, ich muss hier weg. Schon wieder überladen, ne? Mega Leck wieder. 1400 Fleisch auf einmal wieder. Alter, was ist... Oh, hier ist es auch voll schön. Guck mal. Hier auf der Insel. Ach, hier findest du es schön, ja? Da, wo Quark gestorben ist. Achtung, Piranhas. Egal. Ähm, der Frosch ist mit Running tot, ey. Äh. 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 Nein, ich steck fest. Oh, nein. Lass... Lass... Sparky in Ruhe. Sparky. Okay, nice. Holy Guacamole. Oh, dieser blöden... Äh. Kackfücher. Bitte nicht wieder in mich reinrennen. Ja, aber ich muss dich doch beschützen hier. Alles gut, ich krieg das allein hin. Ja, aber Sparky nicht. Ja, dann verreckt das Vieh halt. Wie kannst du sowas sagen? Ja, hallo, hier hüpfen 50 Millionen Kröten rum. Sind alle austauschbar für dich, oder was? Ja. Alter. Was? Alles gut, komm, weiter. Quarky, Alter. Musst du mich verarschen gerade? Quarky war's Besonderes. Achso, ja, gut. Okay. Erst mal einen Schluck trinken aus dem verseuchten Meer. Oder hier unten, guck mal. Ist das ein Schlange? Hier ist ein Baum. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Er hat ein bisschen Spino, aber es ist wunderschön. Oh, hier. Oh mein Gott. Dann lass es hier kommen. Hier ist perfekt. Okay. Hier haben wir Wasser. Ich mach grad den Spino schnell tot. Oh mein Gott. Hier ist es voll toll. Sieht echt geil aus. Hörst du mir mit dem Spino kurz? Achso, ja klar. Oh, mit der Klippe da oben. Oh, das ist mega schön. Lol, Sparky geht ab, Alter. Sparky, der bleibt erst mal da stehen jetzt. Lol. Achso, das war's schon. Oder hier, guck mal. Oder hier, ob der... So eine Insel meinst du? Mhm. Wir können einfach auch das ganze Terrain nehmen, ne? Terrain. Terrain. Nehmen, um, äh... Nehmen. Oh, wie cool. Auf der anderen Seite hab ich noch einen Raptor vorhin gesehen. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Kämpfeier ist hier drin. Guck mal. Zwei Betten sind hier drin. Läuft. Nimm die mit. Nimm alles mit hier. Sparky, Alter, ist geil. Ja, nimm alles mit. Läuft. Haben wir schon mal einen guten Startbonus hier? Yes. So, Sparky, du bleibst jetzt mal hier, bitte. So wie hier? Ich soll aber noch ein bisschen die Küste. Hast du dich entschieden? Hier oder doch da vorne bei der Klippe? Hm. 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 Ja, wir müssen auch in ein Gehege, ne? Wir brauchen auch Platz für ein Gehege. Das bietet hier die Location nicht so. Ja, wohl doch, klar. So ein kleines Gehege. Mein Gott. Ähm. Ja, dann würde ich fast vorschlagen, da an der Klippe. Ja, gut, dann gehen wir. Oder das Haus hier und die... Na, wohl, ne. Ne. Sparky... Hä? Nein! 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 Sparky! Fuck! Nein, komm! Oh. Oh, ich wollte gerade mit dem Schwert reinprügeln, ey. Mit dem Schwert. Boah, ich hab Sparky noch gerettet. Sparky, wo bist du? Oh, Alter. Oh, Gott. Wie gedämmt. Oh, Gott. Alter, ein Leben. Ich muss dir auch die Gesundheit einnehmen. Ein Leben. Oh, Gott. Was gilt man bei dem überhaupt? Nicht leben jetzt. Ganz bestimmt nicht leben jetzt. Äh. Ich warte mal ab, bis da wieder ein bisschen Leben hochgeht. Oh, Gott. Ein bisschen Fleisch rausholen. Ich glaube, bei dem machen wir einfach Damage, würde ich sagen. Erstmal leben. Also, seine Zunge ist schon ein bisschen OP. So, das war die Chaos-Folge in diesem komischen Gebiet, wo wirklich jedes Lebewesen verrückt wird. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir machen Offscreen ein bisschen Baseball und im nächsten Part probieren wir mal ein bisschen die Frösche aus. Wird lustig. Also, seid gespannt und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal bei ARK Survived. Euer Lassi. Tschö.